Ich war mitten im Heilen. Dein Ernst, Alter. Genau, mit Albert Finlay. Ich kam gerade nicht auf den Namen. Aber das ist auch ein großer Ulster-Cast. Angel Lansbury spielt da ja auch mit. Ey, wenn ich jetzt hier runterfalle, kriege ich echt einen Kollaps. Das sind immerhin 1500 Seelen. Warum bist du so scheiße? Ey, ey! Wenn ich wegen euch sterbe. Guck mal, wie schnell ich auf einmal bin. Aber trotzdem. Dafür vertrage ich halt wieder. Ja? Höh? Also da sind meine Highlight-Items. Ich wollte schon sagen, was geht denn ab? Schmeiß! Schmeiß! Sei so bescheuert. Kannst du nicht zielen, oder was? Sogar dein Kompanion wirft besser. Guck guck! Jetzt ist er weg hier. Guck mal, wie schnell ich jetzt rollen kann! Ah! Geil! Und die Ausdauer verbrauche ich auch weniger. Aber manchmal ist Angriff doch die beste Verteidigung, ne? Na, willst du? Mein Turn. Hey! Was macht der da? Chillt der wieder ne Runde? So, da gehe ich jetzt bestimmt nicht gleich wieder rein. Weil mich der Ritter dazu wieder so natzen wird. Ist doch, glaube ich, irgendwo was versteckt gewesen. So hier? Ne. Hä? Das ist aber ne geile Frage. Warum bist du so scheiße, gell? Ja. Warum bist du so? Ich fluche ja noch nicht so viel wie Erflusenio rum, wenn der hier das spielt. Ha! Der Typ wie der Pinn. Ich hab Pfeile gekriegt. Wir könnten mal wieder zu Pfeilen und Wurm übergehen, ne? Ich seh grad echt aus wie so Walking Dead Charakter. Scheiße, ich muss doch, also doch bei dem Ritter rein. Na, mal gucken. Vielleicht bin ich jetzt stark genug. Was ich ja beim letzten Mal nicht war. Zumindest müsste ich jetzt schnell genug sein, um mir auszuweichen. Tjea! Tjea! Toll. Hat er sich jetzt wieder in da reingekesselt? Das gibt's doch einfach nicht. Ich bin auch zu schwach für den. Das gibt's nicht. Ich komm an dem nicht vorbei. Um in die Burg zu kommen. Oh, mein Greenscreen fuckt aber grad hardcore ab, Alter. Don't do it, my man. Das ist so bedrohlich nah, ey. An der Klippe, dass ich denke, jeden Moment fall ich runter. Ey. 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 Da sollte ich glaube ich nicht runterspringen. Während er runterfiel, habe ich seine Leiche geblündet. Guck mal, jetzt muss ich wegen dir, unnötig, gleich wieder ein Highlighten verpulvern. Hier drin dieser komische Klappspatenritter ist. Ah, ich habe den Schlüssel aber, ja, nee, gleich muss ich gar nicht gegen dich kämpfen. Du bist bescheuert da drin, Alter. Ich dachte schon. Haha, ich muss den gar nicht besiegen. Ich renne schneller als ich so. Ja, es ist halt krass, ne, jetzt, 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 jetzt embrace ich, dass ich echt der Bandit bin. Jetzt spielen wir keinen Hybrid-Build mehr, jetzt spielen wir Full-On-Bandit. So, wahrscheinlich soll ich da lagen, aber wir wollen wissen, was hier drüben an Loot ist. Nee, nee. Bin ich? Bin ich? Hä? Ist ja runtergefallen. Cool. Man kann, man kann in dem Spiel also tatsächlich auf der Treppe trinken, das ging in keinem anderen From-Software-Spiel bisher. Ich bin hier irgendwo runtergefallen, gell? Zweisichtig. Komm wieder hoch. Also das ist wahrscheinlich von draußen dann so rum. Der Ritter hat sich da unten voll eingekesselt. Wer hat denn jetzt da was mir ge... Achso, der ist ja wahrscheinlich runtergefahren. Feierfett. Der ist wahrscheinlich irgendwo runtergefahren, der nach was... Was war denn das? War das dein Magen, Vincent? Ha! The Roast of Vincent continues. Oh, was ist das für ein Typ? Hallo? Scheiße. Der schießt auf mich. Don't do it, my man. Ich werde da eigentlich noch gucken, was da noch kommt. Okay. Wo hast du dich da drauf angelegt, ne? Könnt ihr mal bitte wieder irgendwo ein Ort der Gnade aufhauen? Ich hab Schiss, um runterzufahren. Oder gekillt zu werden. Siegelhammer? Ist das jetzt so ein großer Hammer? Wahrscheinlich schon nicht, oder? Mal gucken. Ich bin immer neugierig. Ey, der sieht... Der sieht aus wie ein einfacher. Mal hoch. Mein Magen ist voll. Ich hab noch nicht gegessen. Ich hätte aber noch keinen Hunger. Wer ist ein Fehler? Das ist ja schon Jump'n'Run-Elemente hier. Ich weiß nicht, ob ich da bin. Was ist denn da bin ich gekommen? Alter! Alter! Ey, nee! Dreckiger Milchkerl! Nicht nur, dass ich einen Jumpscare bekam, ich hätte dann auch Bleed Damage von hinten gemacht. Ey, nee, jetzt muss ich den ganzen Anstieg neu machen. Ein bisschen Peniseule. Der nervt mich auch mit dem Hardcore, ne? Oh, das war aber gefährlich mit dem Rollen hier. Nein, 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 nein! Ich war jung, ich brauchte die Kanalkunten. Damit kannst du ganz viel machen, garlic bread schreiben, so wie Mo immer. Was ist eigentlich hier so? Was nur so ausschießen. Was mach ich denn für'n Scheiß? Hoho, im Duett. Ich muss ja eigentlich gar nicht mehr weiter hoch, gell? Ich kann den eigentlich ignorieren. Ah, ein bisschen Runen nehmen wir immer mit. Nee! 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 Ich bin nicht hier runtergefallen. Zum Glück aber keinen Fallschaden. Hu! Hu! Wo kam der denn her? Ja, aber wirklich, der Kami AG-47 angeschossen. Vor allem dieser, dieser Stichschaden, ne? Zwei Heben und ich war down. Fuck, ich weiß, dass du hier bist. Oh, der steht schon da! Der ist eigentlich gar nicht so stark, aber sein Vorteil war halt, dass der mich von hinten angegriffen hat, ne? Gehen wir mal hier oben lang, Leute. Und hier noch einer? Ach nee, der hofft noch einer. So geht das, ne? Sie benötigt den Schub. Er hört kurz die Objekte in der Reihe. Und das hebe ich mir aber vielleicht ein besseres Gebiet auf. Jesus, da geht's immer höher. Warte mal. Hab ich das alles gut gemacht? Ah, da ist aber nix. Die Musik setzt auch gerne mal aus, ne? Das finde ich so krass in dem Spiel, ne? Alles was wir singen, aber das habe ich letztes Mal schon gesagt. Alles was wir singen können, können wir alles bereisen. Wir können auch da hinten hin, ähm, zum späteren Zeitpunkt. Wenn jetzt hier irgend so ein Vieh ankommt, ne? Ich krieg so einen Jumpscare, dass ich runterspringe. Pilz. Wegen lächerlichen Pilze! 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 Du fucking Pilzen! Pilze gibt's hier! Würde Mary sagen. Und dann würde er durchdrehen. Stichwort Mary! Heute kommt wieder ein, äh, Video auf dem Literaturkanal. Und das dürfte insbesondere für Hatter-Wingel-Fans sein. Aber auch für Nicht-Hatter-Wingel-Fans. Die sich für Fernsehen. Ich höre irgendwelche Marschgeräusche. Wäre doch auch diese Marschgeräusche, oder? Du Scheiße! Widerste Ritter? Nicht im Leben! Nicht im Leben! Der Ritter ist runtergesprungen. So geht es natürlich auch. Und so können es besiegen wir Gegner, die wir nicht schaffen würden. Scheiße. Hey, das sieht nice aus. Hat ein bisschen was von Attackhawk. Ist ein Aufzug, ne? Oh, scheiße, wie sieht die von da. Ja, es war mir so klar, das wird geklippt. Aber das war auch geil. Scheiße ist halt nur, ne? Wenn ich jetzt irgendwann sterben sollte und in Lagerfeuer gehe, dann ist der wieder hergestellt. Was, hier ist auch ein Hebel? Gerät bewegt sich nicht. Ja, gut, hier ist... Aber ich brauche jetzt mal einen Ort der Gnade. Geht nicht anders. Oh, wie der runtergefallen ist. Das war so bescheuert, Alter. Okay, ich glaube aber, mit den verlorenen Runen dürfte ich jetzt genug haben. Gucken wir gleich mal. Ja, also... Machen wir jetzt Leben hoch oder... Ausdauer oder... Wohin, das wäre auch nicht schlecht. Oh, guck mal. Arkan erhöhe ich noch. Wenn ich jetzt Arkan erhöhe, mache ich mehr Waffenschaden. Das ist auch ein bisschen... Ich verwende eigentlich nur mit dem L1. Deswegen erhöhe ich noch. Das ist beim Banditen immer ein gutes Geschick zu erhöhen. Könnt ihr zwei Kräste in der Flasche in einer wundersamen Arznei? Sie lassen sie... Aha! Cool. Aber ich habe noch nichts, das kommt dazu zu tun. So, ich wollte... mal was schauen. So viel Zeug wieder bei mir. Ich gebe mal ein bisschen Sachen da, die ich nicht brauche. Ach, mal... Ich gebe mal ein bisschen... ... ...